Tag zusammen! Heute gibt es dann wieder ein Infovideo, keine Ankündigung. Eigentlich ist es ja doch eine Ankündigung eigentlich schon. Und zwar geht es um Diablo 3 Reaper of Souls. Das wird jetzt erstmal eine Weile pausiert, ich weiß noch nicht genau wie lange. Und zwar versuche ich gerade ein Problem zu beheben mit der Aufnahme. Und das geht darum. Es geht darum, nicht das geht darum. Es geht darum, jetzt mal ganz langsam. Ich habe gestern gerendert für heute. Die Folge. Ich hatte, glaube ich, 5 Folgen oder 4 Folgen im Voraus aufgenommen. Die erste Folge, die ich aufgenommen hatte, konnte ich wegschmeißen. War im Arsch. Keine Ahnung warum, ich verstehe es nicht. Das ist wie bei DayZ damals. Dann habe ich die zweite Folge gerendert, alles einmal frei. Die dritte Folge gerendert, alles einmal frei. Und jetzt habe ich die vierte Folge, wollte ich gestern rendern für heute. Und es ging nicht. Ich konnte es nicht rendern. Beziehungsweise er hat zwar angefangen zu rendern und alles, hat aber nur bis 19% gerendert. Dann kam ein schwarzes Bild und dann stand da, dass es zwei Stunden dauert, bis es fertig ist. Dann habe ich abgebrochen. Habe es nochmal versucht. Keine Ahnung. Geht nicht. Die Quelldatei sah eigentlich ganz okay aus. War ein bisschen größer als normal. Aber ich konnte sie abspielen. Und die hat auch angezeigt, wie lange sie geht. Und alles. Keine Ahnung. Also das Problem muss ich noch beheben. Ich weiß nicht, ob es an der Festplatte liegt oder ob es an Fraps liegt oder ob es an Vegas Pro liegt. Kann ich euch jetzt zur Zeit noch nicht sagen. Ich versuche jetzt das Problem zu beheben. Solange wird es erstmal keinen Diablo 3 Reaper of Souls geben. Wird aber dann fortgeführt. Ich werde den Charakter nicht weiterspielen, solange bis ich das wieder aufnehme. Und der Charakter wird auch nicht gelöscht. So, jetzt noch eine Info von... Achso, von gestern. Gestern hatte ich Folgen hochgeladen. Ich glaube alles. Skyrim, Diablo 3, Minecraft und... Was war noch? Skyrim, Minecraft, Diablo 3 und Dead Space. Habe ich hochgeladen. Kam aber zu spät online. Beziehungsweise ich habe es nicht rechtzeitig hochgeladen. Da gibt es immer das Problem, wenn YouTube... Also wenn man die Folgen zu knapp hochlädt. Und die dann quasi freischalten will zu 14 Uhr. Jetzt sage ich mal Diablo 3 zum Beispiel 14 Uhr. Diablo 3 war der Upload glaube ich 13 Uhr 48 fertig. Das heißt, er hätte ihn eigentlich zu 14 Uhr freischalten können. Hat er aber nicht gemacht. Bei YouTube ist das so, wenn du eine halbe Stunde bevor du... Das Video veröffentlichen willst, erst hochlädst. Dann schaltet er es einfach auf privat. Jedenfalls habe ich das erst abends gemerkt. Habe dann abends alle freigeschaltet. Und müsste jetzt dementsprechend in der Abo-Box drin sein. Außerdem wird es diese Woche wahrscheinlich kein Dead Space mehr geben. Weil ich nicht dazu komme, das aufzunehmen. Ich war der Meinung, am Wochenende ich hätte genug aufgenommen. Aber anscheinend habe ich das verpeilt. Und habe doch zu wenig aufgenommen. Also Folgen gibt es jetzt keine mehr. Ich kann mal schnell gucken. Aber ich glaube, ich habe keine fertige Folge mehr. Heute ist... Mittwoch, ne? Ja, ne, der Ordner ist der für Mittwoch. Donnerstag ist auch nichts drin, nur Minecraft. Ne. Also diese Woche kein Dead Space leider. Ich werde aber am Wochenende diesmal versuchen, wirklich im Voraus aufzunehmen. Die Zeit ist aktuell etwas knapp. Ich weiß nicht, ob ich die Woche noch einmal frei kriege. Sonst gibt es Freitag vielleicht noch eine Folge Dead Space. Aber zu heute und zu morgen schaffe ich das echt nicht. Deswegen bringe ich auch dieses Video hoch. Online. Dieses Infovideo. Damit ihr Bescheid wisst, falls ihr auf Dead Space wartet. Und Diablo 3 halt auch. Wird erstmal pausiert. Aber Dead Space geht auf jeden Fall weiter. Spätestens Montag gibt es wieder eine Folge von Dead Space. Ich hoffe mal, das ist sowieso bald durch. Und ich könnte jetzt, statt Diablo 3 hätte ich noch ein Projekt... Eigentlich hätte ich sogar zwei Projekte im Angebot. Muss ich mal gucken. Ob da jetzt noch was kommt dann. Also auf jeden Fall ist für Ersatz gesorgt. Alles klar, das war es eigentlich schon. Vor allem schon. Fast vier Minuten gequatscht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Ich versuche jetzt, wie gesagt, das Problem zu beheben mit Diablo 3. Sobald ich Zeit habe, setze ich mich da mal ran. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, woran es liegen könnte, wenn ihr euch da auskennt, könnt ihr mir gerne bitte eine PN schreiben. Oder unter irgendeinem Video einen Kommentar schreiben. Ich sehe das ja sowieso. Wäre richtig cool, dann würde es nämlich schneller gehen. Alles klar. Dann sage ich mal, wir sehen uns dann in der nächsten jeweiligen Folge. Das wäre dann heute Minecraft. Also sage ich mal, bis dann. Ciao. 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 Ciao.